Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play X4, unserer wunderbaren Brücke. Wir haben es schon fast geschafft, den Sektor hier vorhin zu bereinigen, was äußerst gut ist. Wir können mal sagen, Savitor, komm mal mit. Ich möchte bitte, dass du hier mitkommst. Oder ist die Frage, möchte ich das schon? Ähm, später, du darfst noch trennen. Ich möchte noch was anderes davor. Wir haben ja hier, es kommen ja schon Überfallgruppen rein, willst du mich verkack eiern? Äh, WhatsApp, wir haben, ich wollte gerade sagen, hier gibt es noch Jägerstoff, wenn die können ein bisschen was machen. Wenn du soweit bist, Tokio, Klasse, kommst du mal mit. Du darfst dich nämlich schon mal hier aufstellen, hier entfliegen und warten, wunderbar. Jetzt sehe ich das nämlich auch schon mal geregelt. Du wirst auch nicht angegangen. Massiv sogar. Ansonsten, ihr macht das kaputt, ihr macht das kaputt, hier, hier und hier. Der Rest ist egal, ja. Der Rest ist sowas von egal. Äh, Fröschlein. Du darfst auch wesentlich schneller fliegen, aber... Okay. Ja, das ist es. Du machst einfach das, was du für richtig hältst, dann passt das schon. Der hält alles auf. Ja, der Rest hält alles auf. Ähm, hast du... Wie viel schaut es denn aus? Deine Schilder sind noch vorhanden. Deine Geschütze sind auch alles vorhanden. Du bist wahrscheinlich einfach nur unterfordert. Massiv ist unterfordert, würde ich mal behaupten. Wie schaut es denn mit dir aus? Informationen haben wir keine darüber? Schade. Aber wir haben gleich unsere beiden Frachter fertig. Die können wir dann direkt mal zum Einsatz noch schicken. Indem wir sagen... Ähm, wo ist mein Zuhause? Die noch was geben, bringt nichts. Haben wir denn hier noch genug eigentlich übrig, Logik? Hm, wird weniger, wird weniger. Dann müssen wir euch zwei... Müssen wir hier noch welche reinschmeißen. Das wäre nicht das verkehrte Steher auf der Welt. Du und du hier. Ihr kommt bitte beide nach da unten hin. Zack. Schürfen. Jetzt haben wir schon 46 Stück da. Das ist schon einiges, möchte ich mal behaupten. Nicht gerade wenig. Hatten wir hier noch welche? Nein, haben wir nicht. Oh, ist die... Jep. Zwei Tokios unterwegs, alles klar. Sieht, passt und hat Luft. Brauchen wir sonst noch irgendwas grad hier? Nein, da nicht, da nicht, da auch nicht. Dann immer schön weiter zerstören. Herrlich. In der nächsten Station ist gefallen. Tag aus Zusammenbruch gibt es... Was hat uns getroffen? Ähm. Öffne, komm. Fordere umgehen, verstanden. Fliehen? Welcher war es denn jetzt? Keine Ahnung, wer ist es jetzt zwar, aber... Können wir einfach fliehen. Sollst du angegriffen werden und nichts ist da? Abhauen. Passt schon. Sieht, passt und hat Luft. Genau, du tust das Bergbauschiff noch kaputt machen. Das passt. Letztlich Xenostation. Live übertragen. Was ist denn so eine Station? Das ist wahrscheinlich... Ist das nur so ein kleines Mini-Dingerle? Das ist schnuckelig. Das ist nix. Das dürfte ziemlich schnell zerstört sein, würde ich mal behaupten. Das... Da ist eine. Wir wurden getroffen. Servitor 2. Erz. Fordere umgehen, Verstärkung. Okay, warte mal. Servitor 2, Erz. Wo bist denn du? Ähm. Warum? Habe ich den gerade verloren? Nee, dann warst du nicht du. Moment. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich leicht durcheinander. Warte mal. Dam, 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 dam. Hier, Nachrichten. Nein, du warst es nicht. Sockbücher. Grausamer... Servitor 2. Grausamer Vorstoß 2. Etwas hat uns getroffen. Ein Sinn. Warum werde ich schon wieder angegriffen? Moment, Moment, Moment. Das ergibt gar keinen Sinn. Überhaupt nicht sogar. Was ist denn das letzte gewesen? 23, 11? Ich hab da nochmal starten. Das ist... Die Terraner greifen mich schon wieder an. Wegen nichts und wieder nichts. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Geschütze oder sonst irgendetwas. Das dürfte eigentlich gar nicht passieren. Also schaffen wir es uns nämlich meine Stationen hier zu ballen und das wäre echt ungünstig. Also massivst ungünstig sogar. Dann müssen wir nämlich andere Seiten aufziehen. Müssen wir selber ein paar Geschütze zu mir hinbauen. Komm schon, komm schon, komm schon. Wenn ich zum Beispiel herausfinden würde... Es macht ja gar keinen Sinn. Sie haben nur irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Servitoren und weißt du, geil was? Es ist alles so Larifari-mäßig. Die könnten mich auch einfach da in Ruhe lassen. Wer ist denn da mit? Xenus? Überfall? Überfall? Ja, aber... Das ist doch sowas von egal eigentlich. Okay, dann machen wir es anders. Du ebenso. Zack. Geht gerade nicht. Bitte dorthin hier entfingen und erkunden. Das passt. Ähm... Bauoptionen. Das war es nicht, was ich wollte. Ich wollte eigentlich einen Bauplan haben. Jetzt da. Okay. Okay, was ist, wenn ich sage, macht mir doch mal hier ein paar Scheiben hin. So. Ausrüstung bearbeiten. Ausrüstung schwer Slowdaut. Das ist in Ordnung. Änderung bestätigen. Dann sagen wir das Gleiche noch da unten machen. Zwischen bearbeiten. Schwer Slowdaut. Da kann ich noch einen Geschützten stellen. Das wäre ein bisschen dumm. Okay. Veränderung. Ja, verwerfen. Dankeschön. Und was anderes. Entfernen. Da kann auch jetzt halt mal wieder das Hinkommen entfernen. Da oben geht es auf jeden Fall. Das kann ich schon mal sagen. Das geht auf jeden Fall. Zack, zack. Lass uns schon bearbeiten. Schwere Ausrüstung. Okay. Da haben wir eine Handvoll davon. Passt. Änderung bestätigen. Ebenso hier. Zack. Bitte einmal Ausrüstung bearbeiten. Ebenso hier schwer machen. Dankeschön. Und ansonsten haben wir... Eigentlich direkt da unten, wenn ich es richtig sehe. Ja, das wäre keine mal so schlecht. Zack. Wunderbar. Ausrüstung. Sind bis vier, aber was soll's. Ich will es lautort bestätigen. Das gleiche auf der anderen Seite auch noch machen. Zack. Wunderbar. Ausrüstung bearbeiten. Schwer überall, wo es Sinn macht. Das passt. Bestätigen. Da Ränderungen übernehmen. Schiffzuweisung. Haben wir gerade eins hier im Sektor. Wenn nicht, es gibt doch bestimmt... Nachdem eins vernichtet worden ist. Gerade nicht so viel sowieso. Schaut. Ah, hier. Zack. Ausgewählt. Und dann sagt man doch bitte hier... Wir kommen schon ein paar Millionen. Das passt. In der Schriftung schon irgendwie hin. Okay, wo ist denn? Ah, du bist hier. Okay, das heißt, du gehst jetzt mal dahin. Hier hinfliegen. Und wir sagen... Deine Flotte bekommt Selbstverteidigungskreisel. Der stellt sich direkt darüber hin. Wunderbar. Passt. Ihr verteidigt. Egal was ist. Ihr seid am verteidigen und gut ist. Alles andere juckt mich gerade nicht. Ihnen zu hoffen, dass es dieses Mal funktioniert. Ich muss ja leider sagen, man weiß es nicht immer. Das ist ein Problem. Ein riesiges Problem bei der ganzen Sache hier. Irgendwas sorgt dafür, dass sie immer am Rumticken sind. Aber bei Gott, ich weiß nicht, was es ist. Ah, warte mal. Mhm. Eine Okinawa haben wir, die hier immer was machen möchte. Wo genau bist denn du? Hier. Okay, hast du... Ist keine Bezeichnung oder sonst irgendwas? Du hast nur Energiezellen. Das heißt, dir fehlt eigentlich die ganze Zeit schon... Dir fehlt eine Bezeichnung. Moment. Das können wir machen. Die Ende des Sonnentempels... Ähm... 24. So, die Frage ist nur, wo kommt 24 hin? Wo brauchen wir Energie eigentlich? Das ist jetzt gerade das Größte. Brauchen wir hier noch mehr Energie? Ja, nicht wirklich. Das funktioniert soweit. Hm... Das geht theoretisch auch. Dann geht es denn da mal mehr als genug, wobei... Die Schmiede können wir noch damit befeuern. Das geht immer. Ähm... Wo bist du denn? Hier. Zack. Bitteschön. Dann sagen wir, verkaufen geht nicht mehr. Aber du kannst das Ganze jetzt hier rüberstellen. Zack. Verkaufe an hier. Deine Energiezeilen. Vermindlichen Sophie. Bestätigen. Wunderbar. Es kann wieder was gemacht werden. Ich wollte gerade sagen, der fliegt einfach so durch die Gegend. Das finde ich jetzt aber nicht so schön. Überhaupt nicht schön sogar. Achso, haben wir wieder. Ja, haben wir noch. Wir haben... Die zwei sind bald draus. Dann würde ich sagen, jetzt mal du und du hier. Ja, wir warten bis mal 4 haben, was soll ich. Dauert ja nicht mehr lange. Wie schaut es denn hier drüben aus? Das schaut hier gut aus und hier gut aus und hier schaut es ebenso gut aus. Und... Immer noch keine Angriffe auf mich? Nein, immer noch keine Angriffe. Okay, passt. Noch sieht alles gut aus. Wir tun auf noch. Ah, sind sie draußen? Sie sind alle draußen, glaube ich zumindest. Können wir nochmal. Yep. Bitte alle 4 nehmen. Erwartet Befehle. Und dann sag mal bitte, ihr kommt alle dorthin. Schürfen für dich hier. Davor aber noch hier entfliegen. Wunderbar. 45 mehr und das ist viel. Habt ihr? Ne, ihr habt noch nichts zerstört. Die eine Generation kommt erst noch. Wir haben dich. Danach kommst du hier noch hin. Und dann haben wir eigentlich alles soweit fertig für den Moment. Ja. Ziehen wir auf für den Moment. Brauchen wir noch mehr hier? Nein. Wir können jetzt mal sagen, Kollegen. Ähm, bitte die Flotte Sekundus. Du sollst bitte mit... Ich würde gerade sagen, mit diesem Ring hier. Die ich einfach nicht auswählen kann. Komm schon. Zack. Kondus. Kube wählen. Oder auch nicht wählen. Ähm, hm. Ah, jetzt. Jetzt, da funktioniert es. Okay. Weg damit, weg damit. Ähm, fick mal darüber. Wäre schon mal etwas. Dann sagt man nämlich auch... Eins, zwei, drei. Dann hier, du hier. Komm mit. Du fliegst später dahin. Hier hin fliegen. Du fliegst dahin. Du fliegst dahin. Wunderbar. Hätte man das zumindest schon mal geschafft. Und wir könnten ja schon mal anfangen mit... Ja, guck mal, so ist hier ein Zack. Schaut mal, dass ihr denen auch noch helfen könnt. Und je besser und je schneller, umso schöner. Sagen wir es mal so. Ihr macht auch was. Ihr macht auch was. Ähm, wir haben noch jede Menge Fliegzeige. Und hier haben wir auch noch was. Das ist schon in Ordnung. 54 Millionen. Damit können wir wieder ein bisschen was kaufen, würde ich mal behaupten. Natürlich das eine, was wir immer brauchen. Mehr Mineralienfrachter. Unser Empire muss stetig wachsen. Sonst wird es nämlich nichts. Dankeschön dafür. Ansonsten... Ja, du bleibst schon mal hier, Frosch. Irgendwie, hier hat sich nichts weiterentwickelt. Bei den Büronen überhaupt rein gar nichts. Vielleicht muss ich denen auch ein bisschen mehr helfen. Theoretisch zumindest. Mindest, aber praktisch gesehen. Äh. Das ist so viel. Das ist egal. So, ihr macht nichts. Ja, auch nichts. Da ist zwar ein bisschen was, aber nicht viel. Dann schauen wir doch mal. Hilft der Asgard, genau. Das müsste eigentlich ausreichend sein. Erwarte Befehle. Damit ihr... Hm? Delir's... Habt ihr es fertig gemacht? Oh, bitte. Ihr habt es fertig gemacht. Okay. Das heißt, in dem Sektor gibt es nichts mehr, was uns gefährlich werden kann. Das bedeutet... Sekte Primus und Schwachsinn. Flotte Primus. Zack. Jent fliegen und warten. Das passt. Wir haben eine Kreisformation. Währenddessen alles, was wir hier haben, unterstützt die Asgard. Es soll nicht einfach nur durchfliegen. Es soll doch wirklich was machen hier. Erwarte Befehle. Okay, ich glaube, das dürfte schon... Ah. Ähm. Dann bitte. Kleine Idee. Für die Primus. Zack. Greife allziehen Reichweite in die Hand. Go, go, go. Macht sie fertig. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste die Asgard... Ihr müsst es eigentlich schaffen können, ohne dass ich groß was mache. Theoretisch zumindest. Nein, du wirst nicht nach da fliegen. Du wirst direkt andocken. Danke fürs Gespräch. So. Tor ist versiegelt durch alle hier. Ihr habt aber sowas von. Flotte Primus. Weiter angreifen. Das machst du bereits. Ihr habt alles, was ihr sehen könnt, greift es auch an. Erwarte Befehle. Doch, doch nicht. Ich muss... Alle angreifen. Macht mal hin hier. Ich bin schon. Die Glades sind eigentlich nichts Schwaches. Deswegen... Wundert es mich ja ganz stark, dass die hier überhaupt vernichtet werden können noch. Gegen diese paar kleinen... Ah. Zumindest eine Sache haben sie geschafft. Ich habe immer schon angreifen, immer schon angreifen. Alles angreifen, niederwalzen. Denn so heißt es so schön. Sitz passt und hat Luft. Überfallgeschwarr sind auch noch mit dabei. So, die Asgard ist schon mal bereinigt. Aber warte, zack, darüber. Ja, bitte angreifen. Sorte. Und weiter geht's. Jetzt fangen wir nämlich an. Das Ding hier, die zu machen. Dann passt es soweit. Flörte Primus, bitte... Ja. Wenn ihr Reparaturen habt, macht die mal kurz. Passt soweit alles. Oder auch nicht. Die Flörte kommt zumindest. Das ist so ein bisschen was, aber das ist mir alles sowas von egal. Der Rest passt auch. Die App. Das Ding ist versiegelt, damit keiner rauskommt. Ebenso. Wunderbar. Und bitte... Kommandant, Stellung verteidigen, Stellung verteidigen. Nochmal zwei Stück hinstellen. Haben wir denn... Ne, die haben wir noch nicht. Die nach unten sind wahrscheinlich auch noch bei Weiben noch nicht da. Nein, die sind auch noch nicht da. Dauert alles ein bisschen. Ihr zwei hier, du und du hier mitkommen. Ihr werdet hingeschickt, um hier weiter auszuhelfen. Wunderbar, passt. Mehr wollte ich doch gar nicht sehen. Ich würde gerade schon sagen... Ja, bitte. Flieg doch mal dahin. Mach doch mal irgendetwas. Mhm. Ist so weit in Ordnung. Alles wunderbar. Okay. Aufgabe soweit erledigt. Da kommen sie zwar immer noch rein, aber... Wir haben sie von der Hauptschlagart hier abgeschnitten und das passt. Alles in Ordnung. Nur gucken, dass ihr quasi alle... ...dann repariert seid. Dann passt es schon wieder. Flotte Primus. Zack. I. Schwirren hier alle rum wie die Wahnsinnigen. Ähm... Bitte dorthin fliegen. Sobald ihr fertig seid, natürlich. Das würde passen. Das ist Sinn. Jetzt schauen wir doch mal. Das heißt, jetzt ist der... Ach nee, die habe ich gar nicht hingeschickt. Die habe ich gar nicht hingeschickt momentan. Du machst das fertig? Ja. Das ist in Ordnung. Da, 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 da. Hade ich ihn aber auch. Weg mit dir. Du bist da hinten gerade unterwegs. Ja, du kommst demnächst. Das passt schon. Da wurde ich einfach nur von der Polizei aufgehalten. So wie immer. Ich möchte einfach nur meine Sachen hier machen und werde angegriffen. Und schön. Ganz, ganz unschön. Äh... Bau. Dam, dam, dam. Nein, nicht bauen. Spaß. Nicht bauen, nicht bauen. Äh, wir wollten an die... Bauplan jetzt da. Wie schön. Noch mehr hinklatschen. Viel mehr Geld reinpumpen. Okay, was ist denn das Nächste eigentlich? Die Matrix 798. Okay. Seid ihr alle fertig? Seid ihr alle bereit? Bleib einfach da. Keine Ahnung, was du noch machst, aber du kannst schon mal da hinfliegen. Wollte ich gerade sagen. Okay, meine Leute. Wir speichern das mal, denn warum nicht? Das funktioniert gerade relativ gut, muss man sagen. Dann greifen wir den nächsten Sektor an. Dann wird das richtig super. Dann haben wir noch zwei Sektoren, die wir reinigen müssen, bevor wir quasi den Bereich hier hinten gesichert haben. Dich und dich hier. Ah, das wird so schön. Das wird so wunderschön werden. So, Flotte Primus. Bitteschön. Alles mal weg. Ich möchte bitte, dass du hierhin fliegst. Bingo. Das ist Priorität Nummer 1. Mit allem, was uns zur Verfügung steht. Da möchte man hin. Kann es sein. Die Asgard kommt mit. Die Asgard kommt mit. Ja, 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 ja. Das wäre super. Asgard kommt mit. Komm, komm, komm. Gut, 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 gut. Genau das möchte ich sehen. Noch mehr Feuerpower. Ich wollte gerade... Oh, hi. Hey, Leute. Alles angreifen. Dankeschön. Das Aqueduct. Das Aqueduct ist hier draußen ziemlich weit vorbei, sowieso. Schaut. Mhm. Asgard, kommst du noch? Das wäre jetzt äußerst vorteilhaft. Gebe ich offen und ehrlich zu. Wenn wir dich noch da hätten. Ähm. Wie wärst du mit du hier? Ebenso bitte. Einmal dorthin. Hier entfliegen. Wunderbar. Dankeschön. Ähm. Du, mein Freund, kommst auch mit. Hier hinfliegen. Wunderbar. Und du kommst ebenso hier mit drüber. Und dann sagen wir nämlich, dass... Ja, das kommt hinterher. Oh, es gibt nichts Besseres. Was bist denn du eigentlich? Du bist nur ein einziger... Ein Bergungsschiff. Ja, ihr dürft euch kloppen. Das ist in Ordnung. Und Bingo, raus da. So, funktioniert das jetzt? Fliegt jetzt durch. Ich hoffe mal, ihr fliegt durch. So. Theoretisch müsst ihr auch die... Ja, die Asgard ist auch da. Wir haben es geschafft. Alles ist hier. Die können uns nichts können, die uns. Sodde. Dann sagen wir... Flotte Primus. 598. Hier ist eine andere Matrix. Schade. Großoffensive. Sind wir hier? Töten. Ein Z-Fenster. Jagd auf Klinge. Agi-System. Sympathisanten töten. Mhm. Okay. Ferti Primus. Zack. Bitte. Angriffen. Angriffen. Angriff auf den Raumdok. Bitte. Einfach angreifen. Das passt schon. Sitz passt und hat Luft. Die Station haben wir auch noch ein paar Stück da. Wenn wir dich, dich, dich und dich vor den Zweck haben, müssten wir glaube ich wieder alles weg haben. Theoretisch zumindest. Ähm, wir sagen mal kurz, Honjou. Teleportieren mal kurz darüber. Ach, das ist jetzt so weiß, so unschuldig schaut das Ganze hier aus. Was für ein Haufen Schrott. Ja, ja, ja. Nur keine Panik, nur keine Panik. So. Langstrengend sind wir zu aktivieren. Komm doch. Sottle. Es sieht zumindest schön hier aus, muss man sagen. Es ist schön. Okay, ich hab schon gemerkt, da ist irgendwo war. Ja, da ist ein Kartzerstörer. Macht nix. Den einen kriegen wir auf jeden Fall kalt. Ähm, wir zurück. Weil es einfach zu heftig ist. Wunderbar, wunderbar. Ruhe bekommen hier und dort und dort. Es passt alles soweit. Bei Timer können wir ungestört unseren ganzen Aufträgen nachgehen. Ich freu mich jetzt schon. Okay, du hier. Ähm, weg. Dann dich ja mal weg. Weg, dich ja mal weg. Wunderbar. Ihr arbeitet jetzt. Gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr. Ähm, wenn wir schon mal hier sind. Hier passiert nichts. Nein. Zwei Stück. Bitte teilnehmen am Stellungsverteidigung. Ich hab zum Beispiel bei elf angekommen. Millionen, aber Millionen. Ähm, bitte. Wir sagen, Sekundusflotte. Von Ding abziehen. Gruppe auswählen. Bitte. Angriff auf alle Elemente machen. So, wunderbar. Ich hab's sagen, du musst das hier eigentlich mit angreifen. So ist nix. Wo ist die Asgard? Die ist da hinten auf dem Weg. Ah, ich glaub, wir müssen kurz mal die Primusflotte abziehen. Definitiv müssen wir die kurz abziehen. Primusflotte. Jetzt zwar schön und gut, aber... Fliegen wir bitte hierhin. Greifen wir alle Ziele mal hier an. Nichts reparieren. Angreifen, Leute. Einfach nur angreifen. Der Dock kann nachher noch verteidigt werden. Ähm, und sobald ihr das gemacht habt... Wehe die Gruppe aus. Danach sag mal, dich hier bitte angreifen. Das wär nicht ganz so verkehrt. Ich hab nicht gedacht, dass da so viele auf einmal da sind. Zwei Stück wurden vernichtet. Aber nur zwei bisher. Halt. So und so. Tokio, du musst nichts machen. Das ist alles in Ordnung soweit. Wir haben beide momentan. Ja, der Rest ist soweit in Ordnung, sowieso. Schaut. Ihr greift hier alles an, was ihr so finden könnt. Das passt ebenso. Theoretisch müsste alles besiegt werden können. Noch zwei weitere Gladys wurden vernichtet. Noch ein Gladys. Ey, der Witzker. Noch mal einer. Das ist fünf oder sechs Stück davon. Ja, die Hauptverte war noch nicht da. Das ist das Einzige, warum die Hauptverte war noch nicht da. Ein bisschen ungünstig positioniert. Sagen wir es mal so. Okay, genau. Geht mal alles zurück. Das passt soweit. Dann kann man sagen, wie der flotte Primus bitte, nachdem die Asgard sich jetzt umgedreht hat. Undocken und reparieren. Und sobald wir das dann haben, bitte Koordinierter Angriff machen. Passt soweit. Wunderprächtig. Dann würdest du nur hoffen, dass da nichts weiter rauskommt. Wo kommt das Kater hinten schon wieder her? Sager, Morle. Okay. Ähm. Teleportieren hierhin. Was ich... Warum? Wann gibst du dich überhaupt noch damit ab? Mh. 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 Können wir nicht einfach wegfliegen? N. Sprungtor. Matrix. Matrix. Nummer. 7. 9. Okay, Reisemodus. Wählt auf. Okay. Schauen wir mal, ob man sich einfach quasi erzwingen können, das Ganze. Er muss abgebrochen. Okay. Komm, 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 komm. Das heißt, er möchte es die ganze Zeit, aber dieses dumme Teil nervt uns diesbezüglich. Okay. Dann anders, dann müssen wir dem Helfer, bringt ja alles nix. Ähm, wo ist die Flotte? Zack. Beitreten. Ja, 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 Moment. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Bitteschön. Ab nach da hinten hin. Wunderbar. Los geht's. Passt. Du weißt, wo du hin musst. Wir haben ein paar Schiffe, die zurückkommen. Ihr habt es eben so. Ja, ihr kommt alle raus. Ist in Ordnung. Wir haben genug. Was war hier noch nicht genug? Geschichtübersicht. No, immer noch das Problem mit dem guten Silizium. Also Unmengen an Truppen, die das so anliefern, aber ja. Es will nicht so, wie ich möchte. Sagen wir's mal so. So, wie ihr hier. Hier geht ebenso neuen Tätigkeiten nach. Sonst haben wir kein... Ihr seid zum Abbau und da. Okay, das passt. Das ist soweit in Ordnung. Der Rest auch. Und hier ebenso. Naja, der wird's gar. Ich weiß, ich weiß, deswegen hau ich jetzt auch. ab, weil es hier keinen Sinn mehr hat. Kriegführung ist eine Sache, aber gegen die Xenus ist es einfach so. Kräftezierend. Kann ich ja sagen. Es ist und bleibt Kräftezierend. Lop. Dankeschön. Wir brauchen keinen Antrieb irgendwo hin. So. Wie schaut's hier aus? Ihr werdet... So, hier. Umdrehen. Besiegt sie. Ich bitte euch. Ihr könnt euch die ganze Zeit irgendwie abschießen lassen. Das geht doch nicht. weiter. Das weiß ich nicht. Ich verstehe. Sie könnten so viel zerstören und machen und tun, aber im Endeffekt... Ja. Wird's ja doch nix. So, ihr habt es endlich. Danke. Weiter geht's. Nach da hinten hin. Go, 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 go. IKW fliegt einfach mal ums Eck rum. Das passt schon. Okay, dann... Bitte dort hinstellen. Alles hier besiegen. Aber nur, weil's nervt. Danach haben wir das da hinten noch. Ja, dich haben wir, dich haben wir. So, und danach können wir vielleicht endlich, endlich ihm hier hinten helfen. Ja, weil das K ist nämlich so gut wie da. Das K ist so gut wie da. Oh, meine Güte. Ja, bitte dorthin. Zwar alle. Nicht nur ein oder zwei Stück. Ich möchte alle da drüben sehen. Wunderbar. Ja, das ist auch nicht verkehrt. Jetzt umschwärmt ihn, bitte. Dankeschön. Und der ist der andere, soll bitte abhauen. Bitte hau ab, bitte hau ab, bitte hau. Ja! Er flieht. Oh mein Gott, er flieht. Dankeschön. Das ist das, was ich so sehen wollte, die ganze Zeit. Und ihr sagt mir jetzt bitte, dass ihr den hier niederballern könnt. Mhm, mhm, mhm. Sieht nicht schlecht aus. 69. 9%. Da ist es am... Ja, doch hier. Wurde vernichtet. Macht es hier gerade was aus? Nein, ihr seid alle gerade am Beschäftigten. Oh ja, okay. Befehl der Verwichtung wird weiter ausgeführt. Finde ich gut, finde ich so. Sehr gut. Du fliebst durch, du fliebst durch, du beschaffst dich jetzt bald weg vom Fenster. 59 Millionen, das ist viel. Da gönnen wir uns doch gleich mal wieder was, beziehungsweise Bauoptionen. Nein, nicht Schiffe bauen, sondern Bauoptionen. Das hätte ich gerne, Bauplanung, ja. Für den Notfall. Okay, die Mittel werden eingesetzt. Wunderbar. Und ich bitte darum, die nächsten Frachte zu machen. Schiff kaufen, äh, Mineralien-Schiff, Bingo, Herde mit zwei Stück, bauen, wunderbar. Genauso möchte ich das so sehen. Okay, ihr seid fertig, ihr habt alles soweit zerstört. Dann geht sie bitte wieder zurück und sorgt dafür, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. So, flotte Primus. Haltes Wurf, Gerd. Äh, ein falscher Klick. Flotte Primus, noch einmal. So. Weg, weg, weg. Halbbefehl löschen. Der Angriff lautet, das hier. Das ist das einzige, was ihr noch angreifen sollt. Die Schiffswerft. Ich möchte nicht, dass hier noch irgendein Schiff irgendwann mal irgendwie wieder rauskommt. Genau, der Rest kann nämlich von den Jägern gehalten werden. Das ist in Ordnung. Da sage ich nicht Nein dazu. Das soll ja auch nichts mehr weiter passieren. Hier ist schon ein bisschen was unterwegs, aber das wird von den Jägern bereinigt werden auf Dauer. Haltes Nächste K. Für die Kars. Mhm. Dich, dich und dich und kommt angreifen. Machst du fertig. Ich glaube an euch. Wenn sonst nichts funktioniert, dann das auf jeden Fall. Zwei Stationen, vielleicht nochmal Stationen, wer weiß, wer weiß. Aber allein schon das hier. Ein weiterer Raumdock. Oh yeah. Den zu besiegen wird glorreich werden. Okay, Skal schon mal hier. Es wird demnächst hier rauskommen wahrscheinlich. Deswegen tun wir dich hier ein bisschen nach da rüber stellen. Das passt. Raumdock wird angegriffen. Jepp, voll gerne. Informationen, 92% Tendenz immer weit nach unten gehen. Das passt. Ich wollte gerade sagen, irgendwo müsste das K sein. Es ist bald da, aber es macht nichts. Wenn das da ist, ist es schon wieder viel zu spät. Und auch wirklich viel zu spät. Die können uns so nicht besiegen. Die kritische Masse ist einfach erreicht. Genauso wie hier. Wie ein Wespenschwarm. Halt. Ich sehe gerade was. Du und du hier. Mitkommen. Bitte. Zack. Schürfen. Alpha. Und dorthin. Bauplan. Ja, nicht Bauplan. Schwachsinn. Da gibt es die Übersicht. Es wird bedingt besser, aber uiuiui. Okay, ich merke schon. Die Dinger verbauen massivst viel. Ich baue noch mehr. Der Motorräsostat ist bis zum Umfallen. Ist berstend voll. Aber sowas von berstend voll. Habt ihr das KPC? Ich muss gerade mal hingucken. Lass ich mal mal hingucken. So erfolgreich sind wir in dem Sektor momentan. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber... Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Vier Stück. Die vier kommen bitte nochmal hier hin. Es ist quasi, falls denken, sie müssten dann zum Schluss hier durchkommen. Kann ich sagen... Nicht der mit mir. Nicht der mit mir. Asgard ist offen an unserer Seite, auch wenn sie nutzlos ist. Muss ich sagen, die Asgard ist massiv nutzlos. Aber gut, was soll's. Können wir jetzt machen. Wir sind wesentlich erfolgreicher. ZY... ZY... Aha. Kern, wo die jetzt wieder herkommen. Naja, was soll's. Mir egal. Ich mach den Cut. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Dann ist der Sektor hoffentlich bereinigt. Bis dahinter macht's gut und wie immer. Tschüss alle. Sektor hoffentlich bereinigt.